Die Top 4 Kinder Brotdosen von Mepal Ich habe die Mepal Bento Lunchbox Take a Break Nordic Green Medi gekauft und bin total begeistert. Die Brotdose hat genug Fächer für bis zu 4 Butterbrote und hält das Essen frisch und sicher aufbewahrt. Die Box besteht aus TPE PP ABS und lässt sich ganz einfach reinigen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde die Lunchbox auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Farbe Nordic Green ist zudem sehr schön und macht die Lunchbox zu einem tollen Hingucker in meiner Küche. Ich habe die Mepal Brotdose Campus mit Bento Einsatz Lunchbox Little Goose gekauft und bin wirklich begeistert. Die Box ist sehr robust und langlebig und bietet ausreichend Platz für das Mittagessen. Der Bento Einsatz ist super praktisch und ermöglicht eine Trennung zwischen verschiedenen Lebensmitteln. Das Design mit dem süßen Little Goose Motiv ist wirklich niedlich und macht die Box zu einem echten Hingucker. Außerdem ist die Reinigung der Box sehr einfach und sie ist spülmaschinenfest. Insgesamt bin ich mit meinem Kauf mehr als zufrieden und kann die Mepal Brotdose Campus mit Bento Einsatz Lunchbox Little Goose jedem empfehlen. Ich bin begeistert von der Bumply Kinder Brotdose mit Fächern. Die kinderfreundliche Verriegelung mit Klickverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, was meinem Kind in der Schule viel Zeit und Mühe erspart. Die verschiedenen Fächer bieten ausreichend Platz für verschiedene Snacks und das Material ist robust und langlebig. Die Lunchbox eignet sich perfekt für den Kindergarten, die Schule oder sogar für Ausflüge. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einer zuverlässigen und praktischen Lunchbox sucht. Ich habe kürzlich das Mepal Pous & Sip Campus Space Bento Einsatz gekauft und bin beeindruckt von seiner Qualität. Es ist perfekt für die Schule und auch für die Freizeit geeignet. Die spülmaschinenfeste Trinkflasche und Brotdose sind ideal für Kinder. Die Portionen sind genau richtig und es ist einfach, alles zu transportieren und zu reinigen. Diese Brotdosen-Sets sind praktisch und halten sehr gut. Sie haben auch einen tollen Preis und ich empfehle sie jedem, der nach einem qualitativ hochwertigen Produkt sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.